Bekommen die Bayern einen neuen Meisterstern? Den ersten gibt's von der DFL zum dritten Titel, zwei weitere zur zehnten Meisterschaft. Holt ein Verein 30 Mal die Schale, gibt's den fünften Stern. Den hat der FCB 2021 bekommen, obwohl das eigentlich schon der 31. Titel war. Die Sterne gibt's aber nur für Meisterschaften seit der ersten Bundesliga-Saison 1963-64. Bayerns erster Titel 1932 zählt also nicht mit rein. Die Münchner werden übrigens vermutlich keine neuen Sterne mehr bekommen. Die DFL plant bisher nur mit maximal fünf Sternen.